Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah Wichtig an dieser Stelle ist zu betonen, die Person hat sich Mühe gegeben, die richtige Richtung herauszufinden, konnte sie aber nicht herausfinden. Deswegen, wenn wir praktisch diese Sache umsetzen, gibt es für uns hier sehr wenige Fälle, in denen das der Fall ist. Denn, also ich rede jetzt hier von uns Geschwistern hier in Deutschland, denn entweder man befindet sich an einem Ort, an dem Muslime sind, dann fragt man die Muslime. Oder es gibt eine Moschee in der Nähe, dann geht man zur Moschee. Oder man fragt auch die Nicht-Muslime nach der Himmelsrichtung, weil wenn du weißt, dass in Deutschland die Qibla etwa Südosten ist, dann reicht es zu wissen, wo die Sonne aufgeht oder die Sonne untergeht. Und du kannst selbst abschätzen, wo die Qibla ist. Oder man hat seinen Kompass. Oder man hat sein Handy, heutzutage sein Smartphone und kann herausfinden, wo die richtige Qibla ist. Das heißt, die Möglichkeiten, dass es andere Leute sehen, dass an den Sternen bei Nacht, wenn sie das sehen. Wenn sie wissen, der Nordpolarständer, weiß ich nicht, dass der Nord-Südpolarständer, weiß ich nicht, was ist der Süd. So einfach geht das. Das heißt, die Leute sind unterschiedlich. Manche können es an der einen Sache erkennen, andere an der anderen Sache erkennen. Und das ist ein theoretisches Beispiel. Theoretisch gesehen, stell dir vor, du hast nicht gewusst, wo die Qibla ist und du konntest es auch nicht herausfinden. Du hast dir Mühe gegeben, aber es war absolut unmöglich. Das klassische Beispiel, dass du in der Wüste verloren bist und eben keine Möglichkeit hast, jemanden zu fragen und auch dich nicht orientieren kannst und du betest. Oder, zweiter Fall, du hast die Mühe gemacht und bist zu einem Ergebnis gekommen und hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass es falsch war. In beiden dieser Fälle, wenn du gebetet hast, ist dein Gebet richtigerweise gültig, selbst wenn die Gebetszeit noch nicht ausgelaufen ist. Das sind verschiedene Fälle, die man unterscheidet im Vöch, deswegen habe ich extra darauf hingewiesen. Also wir sagen, du hast die Mühe gegeben und dann hast du es entweder herausgefunden oder auch nicht, hast dann gemäß deinem Ergebnis gehandelt. Selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Gebetsrichtung falsch war, egal ob es innerhalb der Gebetszeit ist oder außerhalb der Gebetszeit ist, dein Gebet ist gültig und du brauchst dein Gebet nicht noch einmal zu wiederholen. Wenn du es innerhalb der Gebetszeit noch einmal sicherheitshalber wiederholst, hast du inshallah etwas Gutes gemacht und nicht etwas Schlechtes gemacht. Kurzer Hinweis, wir haben gesagt, zwei Sachen, einmal laut Plan steht jetzt Praxis eigentlich auf dem Plan. Wir tauschen das aber, weil bei der Praxis geht es ja um die Gebetstexte und wir haben noch keine Gebetstexte gemacht, deswegen schieben wir das inshallah. Die zweite Sache ist, weil das vorher erwähnt worden ist mit der Qibla, hat ein Bruder intelligenterweise gefragt, warum habt ihr dann letztendlich die Qibla bei euch geändert in der Moschee, wenn beides in Ordnung ist. Das hat einen anderen Grund, das hat den Grund, das sage ich, weil es geht darum, dass vorher, wenn ihr den Teppich anschaut, der Imam hat hier gebetet, wo ich jetzt ungefähr gerade sitze. Und wenn ich hier bete, dann aus technischen Gründen brauche ich ein schnurloses Mikrofon. Das Problem an schnurlosen Mikrofonen ist, dass die Batterie manchmal während dem Gebet ausfällt und leer geht und dann haben nicht die Männer ein Bruder, aber die Frauen. Deswegen mag ich nicht mit schnurlosen Mikrofonen beten. Deswegen, wenn wir aber die Qibla genau anpeilen, dann steht der Imam dort, wo ich jetzt immer gebetet habe in diesen Tagen. Und an dieser Stelle ist normalerweise dieses Mikrofon mit einer Schnur, also Kabel, mit Kabel. Und da passiert es nicht, dass der Strom ausfällt. Deswegen haben wir gesagt, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klatsche, machen die richtige Richtung, also genauer, die Richtung genauer, aber nicht wegen der Richtung, das war nicht das Eigentliche. Sonst geht es eigentlich um die Technik eher. Auf Arabisch sagt man nicht zwei Fliegen mit einer Klatsche, sondern zwei Vögel mit einem Stein. Gleiches Sprichwort. Deswegen, wenn wir mal übersetzen ins Deutsche oder umgekehrt, ist die Frage, soll er das Sprichwort so übersetzen, wie es ist, oder soll er das adäquate Sprichwort im Deutschen suchen? Wenn eine vertrauenswürdige Person kommt, während der Muslim gerade betet und ihm die korrekte Gebetsrichtung mitteilt, so muss er sich sofort im Gebet in die Richtung wenden und sein Gebet ist gültig. Das Stehen im Gebet, Elkriam. Es ist Pflicht, im Stehen zu beten. Das ist eine Säule des Gebets ruckend, außer für denjenigen, der das Gebet bei Angst oder das Gebet während eines heftigen Gefechtes verrichtet. Ihm ist es erlaubt, auf einem Reittier oder Ähnlichem zu beten. Den Kranken, der nicht stehen kann. Er betet im Sitzen, wenn er dazu imstande ist. Falls er das nicht kann, bittet er auf der Seite liegen. Na, also erstmal, das Qiyam ist der erste Rücken des Salah. Zweifellos ist der Qiyam ein Rücken des Salah. Das ist ein Bestandteil des Salah und ohne diesen Rücken ist das Gebet ungültig. Es gibt immer in dieser Geschichte etwas, was man im Arabischen Al-Azl nennt. Al-Azl ist die Grundlage oder die Ausgangslage. Wovon gehen wir grundsätzlich aus? Weil nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, aber beim freiwilligen Gebet, aber beim Nachtgebet, aber beim Angstgebet, aber beim... Ach ja, das sind Fariyat. Das sind, sagt man, Nebensichtigkeiten. Wir gehen jetzt erstmal von dem grundsätzlich aus. Was ist grundsätzlich? Wenn wir vom Salah sprechen, sprechen wir von den fünf Salah, die Allah Azzawajal seinem Propheten Sallallahu Aleyhi wa Sallam direkt ohne Vermittler mitgeteilt hat in der Himmels- und Nachtreise. Laylat al-Isra wal-mi'arik. Davon reden wir grundsätzlich. Danach sagen wir die Ausnahmen. Aber es macht keinen Sinn zu sagen, es ist ein Farb in dem Salah, in dem Salah, in dem Salah, in dem Salah nicht. Nein, wir sagen, erstmal, das Qiyam ist ein Rücken, das Salah, ist eine Säule, das Salah, ein Bestandteil, das Salah, ein Farb, das Salah, nenn es wie du möchtest. Ausnahmen, sagt man auf Deutsch, bestätigen die Regel. Weil sie ja ein paar Ausnahmen sind, sind die jetzt für uns nicht wichtig. Wir wollen nicht durcheinander werden. Wir wollen eine grundsätzliche Sache. Es gibt so und so viele Voraussetzungen, es gibt so und so viele Rücken, es gibt so und so viele Wajibat, es gibt so und so viele Sunnah, und das war's. Später gucken wir die einzelnen Gebete an. Deswegen sagen wir korrekterweise, beim Salat al-Khauf und bei allen Gebeten ist das Stehen ein Rücken, aber er entfällt manchmal. Er bleibt immer noch ein Rücken, aber er entfällt aufgrund der Lage. Ich meine jetzt speziell das Gebet bei Angst. Das Gebet bei Angst, wenn ich zum Beispiel Angst habe, gesehen zu werden. Deswegen setze ich mich hin, damit niemand mich sehen kann, weil ich Angst um mein Leben habe, oder Angst um mein Vermögen habe, oder Angst um meine Würde habe. In diesem Fall, ich bete im Sitzen, weil ich Angst habe, wenn ich gesehen werde, dass mir ein großer Schaden zugefügt wird. Es bleibt immer noch ein Rücken des Salahs, aber in diesem Fall entfällt er. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, grundsätzlich ist es kein Rücken, oder ob ich sage, es ist ein Rücken, aber er entfällt in die Situation. Weil sobald die Situation vorüber ist, muss ich wieder diesen Rücken ausführen. Also sollte während des Salahs meine Angst weggehen, dann bete ich mein Gebet, so wie es vorgeschrieben ist. Dann sagt der Autor, was den Kranken angeht, deswegen geht es natürlich wieder hier auch um das Fart-Salah logischerweise, er betet im Sitzen, wenn er nicht im Stehen betet. Das heißt, bete im Stehen. Solltest du nicht können, dann betest du im Sitzen. Und wenn du auch nicht kannst, dann betest du im Liegen, wie der Autor gesagt hat, Rahimahullah. Und man betet im Liegen, das heißt, indem man auf der rechten Seite sich hinlegt mit dem Gesicht in Richtung Qibla. Sollte das nicht möglich sein, dann macht man es auf der linken Seite in Richtung Qibla, mit dem Gesicht in Richtung Qibla, wie wenn man den Toten begräbt. Und sollte das auch nicht möglich sein, dann macht man es auf dem Rücken. Und auf dem Rücken, hat manche Gelatte gesagt, dass man seinen Oberkörper leicht anhebt, damit man eben die Qibla anpeilt. Denn grundsätzlich muss man sich in Richtung Qibla wenden. Jemanden, der ein freiwilliges Gebet Nerville verrichten will, er darf es auf einem Reitier oder Ähnlichem beten, und wenn er möchte, kann er im Sitzen beten. Die Verbeugung Rukur und die Niederwerfung Suju macht er, indem er seinen Oberkörper nach unten neigt. Auf diese Weise verfährt auch eine kranke Person. Dabei soll die Neigung für die Niederwerfung tiefer sein, als die Neigung für die Verbeugung. Es ist für denjenigen, der Sitzung betet, nicht erlaubt, etwas auf den Boden zu stellen und sich darauf niederzuwerfen. Er soll, wie erwähnt, nur seinen Oberkörper tiefer für die Niederwerfung, als für die Verbeugung neigen, wenn er den Boden nicht mit seinen Stimmen berühren kann. Hier ist wahrscheinlich gemeint, dass manche Leute, wenn sie im Sitzen beten, damit sie ihr Gesicht und ihre Hände auf etwas abstützen, was machen sie? Sie machen zum Beispiel einen Tisch davor und machen da drauf Suju. Das alles lassen wir weg, weil der Prophet, a.s.w. hat das nicht erwähnt, und dann ist das wie eine Art Hinzufügung bzw. Korrektur dessen, was der Prophet gesagt hat, und der Prophet, a.s.w. braucht niemanden, der ihn berichtigt, außer Allah. Es ist für diejenigen, der Sitzung betet, nicht erlaubt, etwas auslöshalten. Das Gebet auf dem Schiff und im Flugzeug. Es ist erlaubt, das Lichtgebet sowohl auf dem Schiff als auch auf dem Flugzeug zu verrichten. Es ist zulässig, auf dem Schiff und im Flugzeug im Sitzen zu beten, wenn man befürchtet, dass man sonst während des Stehens hinfallen würde. Wenn jemand alt oder körperlich schwach ist und nicht selbst entstehen kann, darf er sich während des Stehens auf eine Säule oder einen Stock stützen. Im Gebet zwischen Stehen und Sitzen kombinieren. Der letzte, zehnte Punkt. Wenn jemand alt oder körperlich schwach ist, darf er sich während des Stehens auf eine Säule oder einen Stock stützen. Das ist aufgebaut auf der Regel. Das heißt, wenn eine Pflicht nur dann erfüllt werden kann, wenn man etwas Bestimmtes tut, dann ist diese bestimmte Sache, die man machen muss, um die Pflicht zu erfüllen, ebenfalls Pflicht. Ein Beispiel dafür ist in diesem Fall, das Stehen im Sarai ist eine Pflicht. Sogar ein Rücken, nicht nur ein Wajib. Wenn du nur stehen kannst, indem du dich auf etwas abstützt, dann ist das sich abstützen ebenfalls Pflicht, genauso wie das Stehen. Weil das ist ein Mittel zum Zweck. Und genauso ein anderes Beispiel ist der Voodoo. Wenn du kein Voodoo hast und du willst ein Fahrtgebet verrichten, dann musst du Voodoo machen. Dann ist dieses Voodoo für dich fahrt. Weil sonst wird dein Sarai nicht gültig sein. Und andersrum, wenn du ein Sarai verrichten möchtest, das freiwillig ist, dann ist dieses freiwillige Sarai freiwillig. Also ist auch der Weg dorthin freiwillig. Also ist auch der Voodoo für dieses Sarai freiwillig im Sinne von, du musst ja nicht beten. Aber es tut man Voraussetzungen dafür. Das ist die Regel, die diese Sache zugrunde legt. Diesem widerspricht nicht, dass in der Sunnah überliefert worden ist, über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er einmal sah, wie in der Moschee ein Seil befestigt worden ist. Und dann fragte er nach diesem Seil, dann sagte man ihm, dass eine seiner Frauen oder eine seiner Töchter sich bei diesem Seil abstürzt, im freiwilligen Nachtgebet. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, angeordnet, dass man dieses Seil wegmacht und beseitigt. Warum widerspricht das dieser Sache hier nicht? Weil hier geht es um das freiwillige Gebet. Beim freiwilligen Gebet brauchst du dich gar nicht stützen, sondern du darfst dich hinsetzen. Und du sollst ja bei den freiwilligen Gebeten nicht so viel machen, dass du davon überdrossig wirst. Also irgendwann wird das für dich zu viel. Wenn das bei dir der Fall ist, dann lass lieber weg. Weil nicht, dass du das Gebet dann ganz unterlässt. Weil manche Leute, oder wir alle kennen das, im Ramadan, wir sind alle dabei, wenn es um das Tarawih-Gebet geht. Wir können das beten. Aber wenn Ramadan vorbei ist, das war's. Es wäre besser, wenn man regelmäßig, wenn es nur drei Rakaat sind, das Jahr betet, als immer nur ein bisschen. Okay, Ramadan ist ein spezieller Fall, können wir mal weglassen. Aber allgemein ist es besser, wenig, aber dauerhaft, als viel und dann unterbrochen. Mal betet man, mal betet man nicht und so weiter und so fort. Im Gebet zwischen Stehen und Sitzen kombinieren. Es ist erlaubt, in den nächtlichen, freiwilligen Gebeten, im Stehen und auch im Sitzen zu beten oder beides Stehen und Sitzen miteinander zu kombinieren, ohne Hilfe, einen Entschuldigungskunst zu haben. Weil es ja freiwillig ist. Das Riyam ist ja freiwillig, im freiwilligen Gebet, deswegen muss ich keinen Entschuldigungsgrund haben, mich hinzunehmen. Folglich kann ein Muslim im Sitzen beten und den Kuran rezitieren. Kurz vor der Verbeugung Rukur steht er auf und rezitiert die letzten Verse für diese Gebeteinheit im Stehen. Daraufhin vollzieht er die Verbeugung und die Niederwerfung. Auf gleiche Weise verfährt er auch und in der zweiten Gebeteinheit der Gelehrte hat ja hier die Beweise alle weggelassen. Deswegen kann man ihm nicht sagen, wo ist der Beweis dafür. Nein, die Beweise dafür sind seine ausführlichen Versionen dieses Buches. Rahimahullah. Wer im Sitzen betet, sollte mit überkreuzten Beinen im Schneidersitz sitzen oder in irgendeiner Sitzart, die er bequem findet. Das ist aufgebaut auf eine Überlieferung über den Propheten in dem es heißt, dass er im Mutterrabbi saß. Das Mutterrabbi ist eben im Schneidersitz oder überkreuzten sitzen. Diese Form des Sitzens ist in einem Hadith überliefert, der umstritten ist. Deswegen die Gelehrten, die an sich das Authentische sagen, wenn man freiwillig betet und sich hinsetzt, dann sitzt man im Schneidersitz. Und diejenigen Gelehrten, die nicht der Meinung das Authentische ist, die sagen, man setzt sich in der Eftiraj-Form hin. Eftiraj-Form ist die Form, die wir auch in der Regel zwischen den zwei Seiten das uns nochmal hinsetzen. Also auf unser linkes Bein und das rechte, den rechten Fuß aufrecht machen mit den Zehen in Richtung Ribla. Diese Eftiraj-Form bevorzugen dann die Gelehrten, die sagen, dass dieser Hadith für sie keine Grundlage darstellt. Das Gebet mit Schuhen verrichten. Es ist erlaubt, Paul 50 zu beten und es ist genauso erlaubt, mit Schuhen zu beten. Am besten ist es, manchmal barfüßig und manchmal mit Schuhen zu beten. Es kommt darauf an, was im Moment für die jeweilige Person einfacher ist. So soll jemand, der barfüßig ist, sich keine Mühe machen, die Schuhe extra für das Gebet auszuziehen. Und jemand, der gerade Schuhe treibt, sollte nicht extra für das Gebet ausziehen, es sei denn, es gibt Umstände, die dagegen sprechen. Na, die Umstände, die dafür oder dagegen sprechen, sind natürlich vielfältig, aber erst einmal Grundlage dafür, dass man in Schuhen beten darf, ist der Hadith des Propheten von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, wo er berichtet, dass der Prophet eines Tages vorgebetet hat und dann während des Salat hat er seine beiden Schuhe ausgezogen und links von sich hingestellt. Als die Sahabe radiallahu ta'ala das gesehen haben, haben sie ihm nachgemacht und alle haben ihre Schuhe ausgezogen und weggelegt. Daraufhin hat der Prophet nach dem Gebet die Leute gefragt, warum habt ihr das gemacht? Dann sagt sie, weil du es gemacht hast, haben wir dir nachgemacht. Dann hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, was mich angeht, so kam der Engel Gabriel zu mir, und hat mir mitgeteilt, dass sich Unreinheit befindet an meinen Schuhen. Aus diesem Hadith entnehmen wir deutlich, dass der Prophet alaihi wa sallam mit Schuhen angefangen hat zu beten und dass das Gebet deswegen so in Ordnung sein muss. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, wir entnehmen daraus, dass wenn jemand ein Gebet beginnt und nicht bemerkt hat, dass an ihm Najasa ist, dass an ihm eine gesetzlich betrachtete Unreinheit sich befindet, dass er in diesem Fall sein Salah ist gültig, sodass er nicht davon Bescheid weiß. Sodass er nicht davon Bescheid weiß. Sodass er sich nicht dessen bewusst ist. Sobald er es weiß oder sich dessen wieder bewusst wird, weil er es vergessen hatte zwischenzeitlich, beseitigt er die Najasa, sofern er kann. Wie in diesem Fall, die Schuhe kannst du ausziehen, dass eine Bewegung innerhalb des Salah zugunsten des Gebetes und das ist in Ordnung. Eine Bewegung innerhalb des Salah zugunsten des Gebetes. Denn wenn du das nicht machst, dann wird dein Gebet ungültig. Und das ist die Grundlage für diesen Hadiyah. Aber die Frage ist jetzt, grundsätzlich, was soll man machen? Ach ja, Allah hat dir das Leben einfach gemacht. Er hat dir gesagt, du darfst mit Schuhen beten und das ohne Schuhe beten. Deswegen betest du in dem Zustand, in dem du dich gerade befindest. Hast du gerade Schuhe an, betest du mit Schuhen. Hast du keine Schuhe an, betest du ohne Schuhe. Warum willst du extra Schuhe anziehen oder extra Schuhe ausziehen? Wenn du das machst, brauchst du eine Grundlage. Also wenn ich sage, ich bete lieber mit Schuhen, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dann brauche ich diesen Hadith, was er gesagt hat. Habe ich aber nicht. Es sei denn, es gibt einen Grund. Und zwar, man möchte, es gibt einen Hadith natürlich, diesbezüglich, weil es hier geht um die Unterscheidung. Es hier geht um die Unterscheidung von Andersgräubigen. Und deswegen, wenn es einen Anlass gibt, Schuhe anzuhaben oder umgekehrt Schuhe auszuziehen, dann macht es Sinn, dass man danach handelt. Beispiel, man möchte den Leuten zeigen, dass man in Schuhen beten darf, weil die Leute das nicht wissen und weil man Vorbild ist und die Leute dadurch dann lernen, dass es erlaubt ist, gemäß der Sünde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und man macht es, dann ist es ein guter Beweggrund. Umgekehrt, wenn man befürchtet, dass es zu einem Konflikt kommt, weil man unter Leuten ist, die der Ansicht sind, dass man nicht mit Schuhen beten darf, dann versucht man, diesen Konflikt natürlich zu vermeiden. Was macht keinen Sinn, dass man maximal eine Sunna umsetzt, um dadurch einen Streit zu verursachen. Das ist der zweite Fall. Wie gesagt, die Gründe, warum man es macht oder nicht macht, in Vielfalt. Aber natürlich, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, jetzt ab dem Ruhr-Gebet hier in der Moschee mit Schuhen zu beten. Das ist hier, wir haben gesagt, es ist keine Sunna des Gebetes an sich. Und ich habe auch bis jetzt nicht gesehen, dass ein Vergelehrter gesagt hat, zu den Sunna des Salahs gehört, dass man mit Schuhen betet. Und zweitens, selbst wenn es wäre, du machst dadurch etwas kaputt, du machst dadurch einen Schaden, verursachst einen Schaden. Und wenn du etwas Gutes machen willst, etwas freiwillig Gutes machen willst, und du dadurch gleichzeitig einen Schaden verursachst, was hat Vorrang? Den Schaden zu beseitigen, also den Schaden zu vermeiden, und dadurch macht man diese freiwillige Sunna nicht, oder man macht die freiwillige Sunna und verursacht dadurch einen Schaden. Ich würde mal sagen, zweifellos ist das Unterlassen der Sunna, um das beseitigen oder dafür zu sorgen, dass der Schaden gar nicht erst entsteht, hat Vorrang gegenüber der Umsetzung der Sunna, wenn man gleichzeitig dadurch einen Schaden beursacht. Und deshalb habe ich die Regel, Dar'ul Mafsada Aula Min Jal Bil Masdaha Und deswegen in diesem Fall betet natürlich niemand mit seinen Straßenschuhen in einer Moschee, die mit Teppichen ausgelegt ist. Wenn man seine Schuhe auszieht, soll man sie nicht auf die rechte Seite legen, sondern nur auf die linke Seite, falls dort niemand betet. Anderfalls sollte man sie zwischen seine Füße niederlegen. Die Aufforderung, dies zu tun, wurde in einem authentischen Hadith des Propheten Sallallahu Al-Fatihah überliefert. Das Gebet auf dem Podest Minbar. Der Gebetsleiter Imam darf auf einem hohen Platz wie zum Beispiel dem Podest Minbar beten, um den Leuten das Gebet beizubringen. So steht der Imam auf dem Podest, eröffnet das Gebet durch das Sprechen von Allahu Akbar, rezitiert Kur'an-Verse und vollzieht die Verbeugung und richtet sich wieder auf. Während er noch auf diesem Platz steht, dann geht er rückwärts die Treppe hinunter, damit er die Niederwerfung Sujud auf dem Boden nahe an der ersten Treppenstufe des Podest vollziehen kann. Schließlich steigt er nach der Niederwerfung wieder auf das Podest und tut in der zweiten Gebets-Einheit Rek'a das Gleiche, was er zuvor in der ersten Zeinheit. Das darf der Lehrer manchmal Dinge machen, die andere nicht tun, wie zum Beispiel was hier beschrieben worden ist, ohne jetzt darauf viel einzugehen, geht es darum, dass normalerweise beten wir alle das gewöhnliche Gebet auf der gleichen Ebene. Aber wenn zum Beispiel es Leute gibt, die nicht wissen, wie man betet und dann macht es Sinn, zum Beispiel, dass der Imam vorbetet auf einer erhöhten Stelle und dann macht er das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und hat dann auf der zweiten Stufe zum Beispiel gebetet oder dritten Stufe gebetet und hat dann den Qiyam in Richtung Qibla gemacht, den Ruku' in Richtung Qibla das Hochheben nach dem Qiyam in Richtung Qibla und wenn er dann zum Sujud runtergehen wollte, macht er drei Schritte nach hinten um dann seinen Kopf dort anzusetzen, wo die erste Stufe des Minbar beginnt und so weiter und so fort. Gemeint ist eben, dass in bestimmten Situationen Dinge erlaubt sind, aufgrund des bestehenden Bedarfs, die nicht gemacht werden, wenn dieser Bedarf nicht mehr besteht. Genau das Gleiche gilt, der Prophet hat manchmal seine Stimme erhoben, auch wenn es ein leises Gebet war. Warum? Damit die Leute wissen, dass er Sallallahu aleyhi wa sallam Qoran liest, damit die Leute wissen, dass sie auch Qoran lesen sollen und das darf ein Lehrer machen als Vorbild, um den Leuten etwas beizubringen, nicht zur Gewohnheit, sondern damit er es ihnen beibringt. Das Gebet gibt die Pflicht vor einem Gegenstand zu beten und nah vor ihm zu stehen. Es ist Pflicht, vor einem Schütz im Gegenstand zu beten. Erstmal, dieses Thema gilt nur für den Imam und den Mahmum. Es gilt nur für den Imam in der Gebetsgemeinschaft, der Vorbeter und den Mahmum, der hinter einem Imam betet. Wir reden also nicht vom Monferid, der Monferid ist der der alleine betet. Das ist als Voraussetzung in diesem Abschnitt richtig versteht. Es geht nicht um den Monferid der alleine Entschuldigung, es geht nicht um es geht hier um den Imam und es geht hier um den Monferid, der alleine betet. Und es geht nicht um den Mahmum. Es geht nicht hier um denjenigen, der hinter einem Imam betet. Es geht nicht hier um denjenigen, der hinter einem Imam betet. dabei gibt es keinen Unterschied, ob man in der Moschee oder anderswo betet und auch nicht. Und auch nicht, ob die Moschee groß oder klein ist. Denn der Hadith des Propheten ist allgemeingültig. Bete nur, wenn du einen schützenden Gegenschatz vor dir hast und lasse niemanden direkt vor dir vorbeigehen. Wenn er der Vorbeigehende sich trotzdem weigert, stehen zu bleiben, obwohl du ihn daran gehindert hast, dann bekämpfe ihn. Denn bei ihm ist der ständige Begleiter, das heißt der Satan. Es ist vielleicht nahe beim schützenden Gegenstand zu stehen, weil der Prophet erst mal die Sutra kommt vom Begriff Satara. Satara heißt zudecken oder bedecken. Und gemeint ist, wie gesagt, dass du etwas machst zwischen dir und deiner Kibla, das aufstellst oder dich irgendwo hin bewegst, dass du zwischen dir und der Kibla sich etwas befindest, damit niemand aus Versehen vor dir läuft, während du dich in deinem Sarat befindest. Das nennt man Sutra. Und diese Sutra kann ein Stuhl sein, kann ein Brett sein, kann ein Mensch sein, der sitzt und so weiter und so fort. Das heißt, es geht einfach um etwas, was man deutlich sehen kann, damit du etwas, was jemand anderes daran deutlich erkennen kann, dass du am Beten bist, damit er nicht an dir vorbeiläuft. Das ist mit Sutra gemeint. Die Sutra heißt es in einer Überrieferung, dass der Prophet sagt, Sallallahu 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 sind die Ansicht, dass die Sutra eine Sunna ist, des Propheten Sallallahu 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 aber wir wissen aus Usul aus dem Fach Usul Fikr dass die Anordnung des Propheten ist grundsätzlich wie zu verstehen als Pflicht oder als Freiwillig als Pflicht wer hat das gesagt Hand hoch seid ihr alle der Mann ok warum also ist immer sehr schön dass wir zweifelchigen Aussagen haben die übrigens von Gelehrten tatsächlich vertreten werden und hier haben wir deswegen wenn du hörst dass der Prophet sagt Sallallahu 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 bete nur wenn du in einer Rechnung einer Sutra betest und der eine sagt grundsätzlich verstehe ich das als Pflicht und der andere sagt grundsätzlich verstehe ich das als Sunnah dann brauchst du jetzt wenn du weißt es ist die Diskussion nicht mehr befindet sich nicht mehr im Fiqh sondern im Usul Fikh weil ich habe ihn gefragt warum und diese Thematik ist sehr schön weil die Esmahids haben wir einen Grund kennengelernt warum es zu meinen Versicherheit kommt und wir haben gelernt dass wenn wir uns manchmal uneinig sind dürfen wir gar nicht mehr in diesem Fachgebiet weiterreden weil es bringt nichts für unser Fach wir sehen den Hadith la tu salli illa ila sutra weil Ibn Husayn Ibn Hibban über die vertworten und sie weiter sagt das heißt die Diskussion ist jetzt nicht mehr der Beweis sondern die Diskussion ist jetzt wie man den Beweis zu verstehen ok und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen ne was willst du sagen mit besprach ja das ist ein Amr auf jeden Fall natürlich geht es darum aber die Frage ist ja gerade ein Amr ist ja grundsätzlich nicht das ist die Frage eine Aufforderung des Propheten ein Imperativ musst du das machen oder ich frage dich das ist die Frage die meisten Ilama haben natürlich gesagt dass es grundsätzlich verpflichtend ist aber die Regel lautet es ist verpflichtend grundsätzlich sofern es keinen Beweis gibt der dagegen spricht und in diesem Fall haben wir einen Beweis der dagegen spricht deswegen sagen die meisten der vier schon sagen alle dass es eine Sunna ist und keine Pflicht denn Abdullah bin Abbas berichtet dass der Prophet einmal gebetet hat und vor ihm war keine Wand sagt er und dieser Ausdruck bedeutet dass er in keine Richtung Suttra gebetet hat weil manche Geleiter haben gesagt er hat nicht Richtung einer Wand gebetet deswegen könnte sein er hat Richtung einer Stock gebetet aber das ist nicht damit gemeint also jeder der den Hadith liest weiß ich finde er hätte mich ein bisschen reingelegt wenn er mir gesagt hat er hat nicht Richtung Wand gebetet aber er hat für sich einen Kamel aufgestellt dann sagt mir doch deswegen richtigerweise dieser Hadith ist ein Sarif das heißt ein Beweis der darauf verspricht dass diese Anordnung nicht Pflicht ist sondern die Anordnung einen empfehlenden Charakter hat es hat keinen verpflichtenden Charakter sondern empfehlenden Charakter es ist Pflicht nah beim schützen im Gegenstand zu stehen weil der Pflicht ist in diesbefall wenn wir schon gesagt haben dass die Sutta an sich keine Pflicht ist Pflicht ist auch keine Pflicht logischerweise aber es ist eine freiwillige Sache weil Naha ist relativ gemeint ist dass man daran klebt wenn man zu gut macht dass der Kopf direkt daran klebt nein man lässt einen gewissen Abstand dazwischen wie es heißt damit ein kleines Schaf dabei laufen könnte aber auf der anderen Seite soll man auch nicht die Sutra am Ende der Moschee ich könnte auch jetzt hier beten die Sutra da vorne betrachten als meine Wand zehn Meter weiter okay das ist mit Sicherheit zu weit weil es geht ja um den Sinn dass jemand vor dir läuft zwischen der Stelle auf die sich der Prophet niederwarf und der Wand vor der er betete war ungefähr so viel Platz dass ein Schaf hätte durchlaufen können wer diese Entfernung einhält hat die Pflicht erfüllt es sich einem schützenden Gegenschat zu nähern wie hoch der schützende Gegenschat sein muss der schützende Gegenschat muss ungefähr so hoch wie eine oder zwei gespreizte Handspannen über den Boden wenn jemand von euch etwas vor sich hinstellt was so hoch wie der Stab am Ende eines Kamelsatzes ist so soll er beten und sich nicht darum kümmern wer hinter diesem Gegenstand vorbeigeht na also erstmal was die Höhe des Gegenstandes angeht es geht jetzt darum logisch gesehen wir haben ja gesagt die Sutra ist eine Sunna des Propheten das heißt wir sollen das unbedingt einhalten praktisch gesehen was wir sehen manche Leute sie betreten die Moschee und stellen sich inmitten des Raumes hin und beten zwei Raka sagen wir ach warum gehst du nicht nach vorne ein bisschen an die Seite an den Rand stellst einen Stuhl vor dich auf dann sollst du die Sunna sich daran gewöhnen diese Sunna umzusetzen und nicht weil er gelernt hat dass es Sunna ist wenn nicht Wajib ist das es weglässt nein das ist die erste Sache die zweite Sache ist natürlich wenn du eine Sutra vor dir haben sollst jemand auch sehen können das heißt also stell dir mal vor du legst auf den Boden ein Tuch dann ist es so flach dass es natürlich übersehen wird deswegen soll es eine gewisse Höhe haben und der Prophet redet hier hier steht der Stab am Ende eines Kamelsattels gemeint ist die Rückenlehne die Rückenlehne am Ende des Kamelsattels und diese soll eine Elle oder zwei Ellen groß sein das heißt wenn man das zur Verfügung hat ist gut aber wenn man das nicht zur Verfügung hat das heißt nicht dass du es weglässt das heißt also angenommen ich habe eine Möglichkeit einen Stuhl vor mich aufzustellen ein Stuhl in der Regel ist hoch genug dann mache ich das wenn ich aber keinen Stuhl habe und ich habe nur zum Beispiel diesen Koran Halter wir alle kennen diesen Koran Halter wo man den Mus'haf drauflegt diese Koran Halter könnte sein wenn wir von zwei allen ausgehen ist auf jeden Fall zu klein und bei einer Elle wird es schon knapp dann benutze ich den trotzdem warum weil ich mache was mir zur Verfügung steht genauso gibt es eine Überreferung dass wenn man keine Sutra hat dann soll man eine Linie malen du meinst natürlich nicht dass du jetzt im Teppich deinen Stift rausholst und eine Linie malst sondern wenn du zum Beispiel in der Wüste bist und Sand oder aus Erdboden und du willst beten also zwei Möglichkeiten du machst gar nichts weil du keine Sutra hast dann legst du gar nichts hin oder du machst eine Linie damit wenn jemand kommt sieht die Linie und damit er nicht vor dir läuft oder damit er weiß hinter den Linien darf ich laufen und störe dich den Betenden nicht weil der Sinn der Sutra ist ja dass man hinter der Sutra dann laufen darf logischerweise so da gibt es eine Überreferung die daif ist aber trotzdem inhaltlich in diesen Ordnung weil du machst das was dir hüten steht du hast keine Sutra die eine elle ist zwei ellen ist du machst eine halbe elle machst du wenigstens irgendwas wenn das nur deine Kopfbedeckung ist beim Mann wie zum Beispiel seine manchen arabischen Männer sie haben Kopfbedeckungen die Männer dann 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 legt das hin damit die Leute wissen achi wenn du laufen bist bitte dahinter laufen störe mich nicht dabei deswegen das gehört zum thematik auch wenn die Überlieferung manchmal daif ist was den Strich angeht trotzdem stimmt sie mit den Grundregeln überein ich mache das was ich kann und deswegen handelt man trotzdem nach diesem Inhalt auch wenn diese Überlieferung den Propheten nicht zuzuschreiben ist man soll direkt vor dem Gegenstand stehen denn das ist die offizielle Bedeutung der Aufforderung des Propheten die offensichtliche Bedeutung der Aufforderung des Propheten vor einer Sutra zu beten rechts oder links von der Sutra aufzuweichen so dass man nicht direkt vor ihr steht ist etwas das keine authentische Überlieferung in der Sunnah hier geht es um eine Überlieferung in dem es heißt dass man die Sutra etwas nach links und etwas nach rechts macht Überlieferung ist nicht authentisch deswegen soll man sich nicht darauf berufen aber wenn du jemanden siehst der das trotzdem macht weil er entweder der Ansicht folgt dass die Überlieferung authentisch ist oder weil er sagt ach ich möchte mich unterscheiden von den Götzendienern dann sollst du ihn nicht angreifen deswegen und sagst ihm dir sag Allah es ist erlaubt vor einem im Boden steckenden stock oder ähnlichem zu beten sowie vor einem baum oder einer pflanze vor seiner im bett liegenden ehefrau wenn sie zugedeckt und unter ihrer decke ist und vor einem reittier auch wenn es ein kamel ist das strenge verbot vor gräbern zu beten es ist auf keinen fall erlaubt es ist dir dir und der qibla sich etwas befindet damit niemand aus versehen vor dir läuft während du dich in deinem sara befindest das nennt man sutra und diese sutra kann ein stuhl sein kann ein brett sein kann ein mensch sein der sitzt und so weiter und so fort das heißt es geht einfach um etwas was man deutlich sehen kann damit du etwas was jemand anderes daran deutlich erkennen kann dass du am beten bist damit er nicht an dir vorbeiläuft das ist mit sutra gemeint die sutra heißt es in einer Überrieferung dass der prophet sagt la tu salli illa ila sutra das bete nur wenn du in eine Richtung einer sutra betest und daraus hat manche Ulema entnommen dass das beten in Richtung einer sutra eine Pflicht ist nicht eine Pflicht ist Salah also nicht dass man denkt wenn man diese Pflicht verletzt dann muss man am Ende zwei Sajda machen das hat mit dem Salah nichts zu tun das ist eine Pflicht für das Salah und nicht eine Pflicht des Salah das ist die eine Sache die zweite Sache ist die Mahat der Ulama sind der Ansicht dass die Sutra eine Sunna ist des Propheten und nicht der Pflichten ist und das ist auch die stärkere Ansicht denn insgesamt es gibt zwar diese Anordnung des Propheten aber wir wissen aus Usul aus dem Fach Usul dass die Anordnung des Propheten ist grundsätzlich wie zu verstehen als Pflicht oder als freiwillig als Pflicht wer hat das gesagt Handtuch sagt ihr alle der Mann nein nein es gibt einen Beweis nicht ok warum also es ist immer sehr schön dass wir zwei verschiedene Aussagen haben die übrigens von Gelehrten tatsächlich vertreten werden und die haben wir deswegen wenn du hörst dass der Prophet sagt Sallallahu Alaihi Wasallam bete nur wenn du in einer Richtung einer Sutra betest und der eine sagt grundsätzlich verstehst du das als Pflicht und der andere sagt grundsätzlich verstehst du das als Sunnah dann brauchst du jetzt wenn du weißt ist die Diskussion nicht mehr befindet sich nicht mehr im Fiqh sondern im Usul weil ich habe ihn gefragt warum und diese Thematik ist sehr schön weil jetzt haben wir einen Grund kennengelernt warum es zu meinen Versicherheiten unter den Olamen kommt und wir haben gelernt dass wenn wir uns manchmal uneinig sind dürfen wir gar nicht mehr in diesem Fachgebiet weiterreden weil es bringt nichts für unser Fach wir sehen den Hadith La tu salli illa illa sutta wie es bei Ibn Khusem und Ibn Hibban über die Antworten und sie beide sagten Sahih das heißt die Diskussion ist jetzt nicht mehr der Beweis sondern die Diskussion ist jetzt wie man den Beweis zu verstehen und ich möchte jetzt nicht darauf eingehen was willst du sagen mit Besprach ja das ist ein Amr auf jeden Fall natürlich geht es da aber die Frage ist ja gerade ein Amr ist er grundsätzlich nicht oder nicht das ist die Frage eine Aufforderung des Propheten ein Imperativ musst du das machen oder ich frage dich sollst du es machen das ist die Frage die meisten Ulema haben natürlich gesagt dass es grundsätzlich verpflichtend ist aber die Regel lautet es ist verpflichtend grundsätzlich sofern es keinen Beweis gibt der dagegen spricht in diesem Fall haben wir einen Beweis der dagegen spricht deswegen sagen die meisten Ulema der vier Rechtschulen sagen alle dass es eine Sunna ist und keine Pflicht denn Abdullah bin Abbas berichtet dass der Prophet einmal in Mena gebetet hat und vor ihm war keine Wand sagt er und dieser Ausdruck bedeutet dass er in keine Richtung Sutra gebetet hat weil manche Geleiter haben eingebaut und gesagt er hat nicht in Richtung einer Wand gebetet deswegen könnte es sein er hat in Richtung einen Stockes gebetet aber das ist nicht damit gemeint also jeder der den Hadith liest weiß ich finde er hätte mich ein bisschen reingelegt wenn er mir gesagt hat er hat nicht in Richtung Wand gebetet aber er hat für sich einen Kamel aufgestellt dann sagt mir doch deswegen richtigerweise dieser Hadith ist ein Sarif nennt man Sarif das heißt ein Beweis der darauf verspricht dass diese Anordnung nicht Pflicht ist sondern die Anordnung einen empfehlenden Charakter hat es hat keinen verpflichtenden Charakter sondern einen empfehlenden Charakter es ist Pflicht nahe beim schützen im Gegensatz zu stehen weil der Pflicht ist in diesem Fall wenn wir schon gesagt haben dass die Sutta an sich keine Pflicht ist Pflicht ist auch keine Pflicht logischerweise aber es ist eine freiwillige Sache weil Nahe ist relativ gemeint ist dass ich nicht gemeint ist nicht dass man daran klebt wenn man zu Hut macht dass der Kopf direkt dran klebt nein man lässt einen gewissen Abstand dazwischen wie es heißt damit ein kleines Schaf dabei laufen könnte aber auf der anderen Seite soll man auch nicht die Sutra am Ende der Moschee also ich könnte auch jetzt hier beten und die Sutra da vorne betrachten als meine Wand 10 Meter weiter okay das ist mit Sicherheit zu weit weil es geht ja um den Sinn dass niemand vor dir läuft zwischen der Stelle auf die sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam niederwarf und der Wand wo der er betete war ungefähr so viel Platz dass ein Schaf hätte durchlaufen können wer diese Entfernung einhält hat die Pflicht erfüllt es sich einem schützenden Gegenstand zu nähern wie hoch der schützende Gegenstand sein muss der schützende Gegenstand muss ungefähr so hoch wie eine oder zwei gespreizte Handspannen über den Boden sein denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte wenn jemand von euch etwas vor sich hinstellt was so hoch wie der Stab am Ende eines Kamelsatzes ist so soll er beten und sich nicht darum kümmern wer hinter diesem Gegenstand vorbeigeht na also erstmal was die Höhe des Gegenstandes angeht es geht jetzt darum logisch gesehen wir haben ja gesagt die Sutra ist eine Sunnah des Propheten das heißt wir sollen das unbedingt einhalten praktisch gesehen was wir sehen manche Leute sie betreten die Moschee und stellen sich inmitten des Raumes hin und beten zwei Raka dann sagen wir achi warum gehst du nicht nach vorne ein bisschen an die Seite an den Rand stellst einen Stuhl vor dich auf damit die Sunnah des Propheten umsetzt weil der Muslim soll sich daran gewöhnen diese Sunnah umzusetzen und nicht weil er gelernt hat dass es Sunnah ist weil nicht Wajib ist dass es weglässt nein das ist die erste Sache die zweite Sache ist natürlich wenn du eine Sutra vor dir haben soll es jemand auch sehen können das heißt also stell dir mal vor du legst auf den Boden ein Tuch dann ist es so flach dass es natürlich übersehen wird deswegen soll es eine gewisse Höhe haben und der Prophet Al-Assad redet hier weil hier steht der Stab am Ende eines Kamels gemeint ist die Rückenlehne die Rückenlehne am Ende des Kamelsattels und diese soll eine Elle oder zwei Ellen groß sein das heißt Barakallahu wenn man das zur Verfügung hat ist gut aber wenn man das nicht zur Verfügung hat das heißt nicht dass du es weglässt das heißt also angenommen ich habe eine Möglichkeit einen Stuhl vor mich aufzustellen ein Stuhl in der Regel ist hoch genug dann mache ich das wenn ich aber keinen Stuhl habe und ich habe nur zum Beispiel diesen Koran Halter wir alle kennen diesen Koran Halter wo er den Musraf drauflegt dieser Koran Halter könnte sein wenn wir von zwei allen ausgehen ist es auf jeden Fall zu klein und bei einer Elle wird es schon knapp dann benutze ich den trotzdem warum? weil ich mache das was mir zur Verfügung steht genauso gibt es eine Überreferung dass wenn man keine Sutra hat dann soll man eine Linie malen du meinst natürlich nicht dass du jetzt im Teppich hier deinen Stift drauf holst und eine Linie malst sondern wenn du zum Beispiel in der Wüste bist und Sand oder das Erdboden und du willst beten einfach zwei Möglichkeiten du machst gar nichts weil du keine Sutra hast dann legst du gar nichts hin du betest einfach oder du machst eine Linie damit wenn jemand kommt wenigstens sieht die Linie und damit er nicht vor dir läuft oder damit er weiß hinter die Linie darf ich laufen und störe dich den Betenden nicht weil der Sinn der Sutra ist ja dass man hinter der Sutra dann laufen darf logischerweise so da gibt es eine Überreferung die daif ist aber trotzdem inhaltlich hier in diesen Ordnung weil du machst das was dir zur Verfügung steht du hast keine Sutra die eine Elle ist zwei Elle ist dann machst du eine halbe Elle machst du keine halbe Elle machst du wenigstens irgendwas und wenn das nur deine Kopfbedeckung ist beim Mann wie zum Beispiel die manchen arabischen Männer sie haben Kopfbedeckungen die Männer dann leg dir das hin damit die Leute wissen achi wenn du laufen willst bitte dahinter laufen ich störe mich nicht dabei deswegen das gehört zur Thematik auch wenn die Überlieferung manchmal daif ist was den Strich angeht trotzdem stimmt sie mit den Grundregeln überein ich mach das was ich kann und deswegen handelt man trotzdem nach diesem Inhalt auch wenn dieser Überlieferung dem Propheten nicht zuzuschreiben ist man soll direkt vor dem Schützen im Gegenstand stehen denn das ist die offizielle Bedeutung der Aufforderung des Propheten die offensichtliche Bedeutung der Aufforderung des Propheten vor einer Sutra zu beten rechts oder links von der Sutra auszuweichen so dass man nicht direkt vor ihr steht ist etwas das keine authentische Überlieferung in der Sunna hat hier geht es um eine Überlieferung in dem es heißt dass man die Sutra etwas nach links und etwas nach rechts macht Überlieferung ist nicht authentisch deswegen soll man sich nicht darauf berufen aber wenn du jemanden siehst der das trotzdem macht weil er entweder der Ansicht folgt dass die Überlieferung authentisch ist oder weil er sagt ach ich möchte mich unterscheiden von den Götzendienern dann sollst du ihr nicht angreifen deswegen und sagst ihm dir sagt Allah das war es es ist erlaubt vor einem im Boden steckenden Stock oder ähnlichem zu beten sowie vor einem Baum oder einer Pflanze vor seiner im Bett vor seiner im Bett liegenden Ehefrau wenn sie zugedeckt und unter ihrer Decke ist und vor einem Reittier auch wenn es ein Kamel ist das strenge Verbot vor Gräbern zu beten es ist auf keinen Fall erlaubt es ist auf keinen Fall erlaubt in der Regel ist hoch genug dann mache ich das wenn ich aber keinen Stuhl habe und ich habe nur zum Beispiel diesen Koran Halter wie alle kennt diesen Koran Halter wo er den Mus'haf drauflegt diese Koran Halter da könnte sein wenn wir von zwei allen ausgehen ist es auf jeden Fall zu klein und bei einer Elle wird es schon knapp dann benutze ich den trotzdem warum? weil ich mache das was mir zur Verfügung steht genauso gibt es eine Überlieferung dass wenn man keine Sutra hat dann soll man eine Linie malen du meinst natürlich nicht dass du jetzt im Teppich hier deinen Stift rausholst und eine Linie malst sondern wenn du zum Beispiel in der Wüste bist und Sand oder aus Erdboden und du willst beten also zwei Möglichkeiten du machst gar nichts weil du keine Sutra hast dann legst du gar nichts hin du betest einfach oder du machst eine Linie damit wenn jemand kommt wenigstens sieht die Linie und damit er nicht vor dir läuft oder damit er weiß hinter der Linie darf ich laufen und störe dich und bete dich nicht weil der Sinn der Sutra ist ja dass man hinter der Sutra dann laufen darf logischerweise so da gibt es eine Überlieferung die daif ist aber trotzdem inhaltlich hier in diesen Orten weil du machst das was dir zur Verfügung steht du hast keine Sutra die eine Elle ist zwei Elle ist dann machst du eine halbe Elle hast du keine halbe Elle machst du wenigstens irgendwas und wenn das nur deine Kopfbedeckung ist beim Mann wie zum Beispiel die manchen arabischen Männer sie haben Kopfbedeckungen die Männer dann blick dir das hin damit die Leute wissen achi wenn du laufen willst bitte dahinter laufen ich störe mich nicht dabei deswegen das gehört das gehört zur Thematik auch wenn die Überlieferung manchmal daif ist was den Strich angeht trotzdem stimmt sie mit den Grundregeln überein ich mache das was ich kann und deswegen handelt man trotzdem nach diesem Inhalt auch wenn diese Überlieferung dem Propheten nicht zuzuschreiben ist man soll direkt vor dem Schützen im Gegenstand stehen denn das ist die offizielle Bedeutung der Aufforderung des Propheten die offensichtliche Bedeutung der Aufforderung des Propheten vor einer Sutra zu beten rechts oder links von der Sutra aufzuweichen so dass man nicht direkt vor ihr steht ist etwas das keine authentische Überlieferung in der Sunna hat hier geht es um eine Überlieferung in dem es heißt dass man die Sutra etwas nach links und etwas nach rechts macht Überlieferung ist nicht authentisch deswegen soll man sich nicht darauf berufen aber wenn du jemanden siehst der das trotzdem macht weil er entweder der Ansicht folgt dass die Überlieferung authentisch ist oder weil er sagt achi ich möchte mich unterscheiden von den Götzendienern dann sollst du ihn nicht angreifen deswegen und sagst ihm dir sagt Allah das war es es ist erlaubt vor einem im Boden steckenden Stock oder ähnlichem zu beten sowie vor einem Baum oder einer Pflanze vor seiner im Bett vor seiner im Bett liegenden Ehefrau wenn sie zugedeckt und unter ihrer Decke ist und vor einem Reittier auch wenn es ein Kamel ist das strenge Verbot vor Gräbern zu beten es ist auf keinen Fall erlaubt es ist auf keinen Fall erlaubt nach rechts macht Überlieferung ist nicht authentisch deswegen soll man sich nicht darauf berufen aber wenn du jemanden siehst der das trotzdem macht weil er entweder der Ansicht folgt dass die Überlieferung authentisch ist oder weil er sagt achi ich möchte mich unterscheiden von den Götzendienern dann sollst du ihr nicht angreifen deswegen und sagst ihm dir sagt Allah das war es ist erlaubt vor einem im Boden steckenden Stock oder ähnlichem zu beten sowie vor einem Baum oder einer Pflanze vor seiner im Bett vor seiner im Bett liegenden Ehefrau wenn sie zugedeckt und unter ihrer Decke ist und vor einem Reittier auch wenn es ein Kamel ist das strenge Verbot vor Gräbern zu beten es ist auf keinen Fall erlaubt es ist auf keinen Fall erlaubt das strenge Verbot vor Gräbern zu beten es ist auf keinen Fall erlaubt vor Gräbern zu beten weder vor Prophetengräbern noch anderen Gräbern das Verbot vor einer beteten Person vorbeizugehen und sei es auch in der Heiligen Moschee in Mecca Es ist nicht erlaubt vor einem Beteten zu gehen wenn sie vor ihm eine Sutra befindet es gibt diesbezüglich keinen Unterschied zwischen der Heiligen Moschee und anderen Moscheen das Verbot gilt für alle Orte aufgrund der allgemeingültigen Aussage des Propheten wenn derjenige der vor einem Beteten geht wüsste was er sich dadurch an Sünde aufgeladen hat so hätte er es sicherlich bevorzugt 40 im Stehen zu verharren als vor ihm zu gehen mit vor dem Beteten gehen ist das direkte Vorbeigehen zwischen einem Beteten und dem Ort seiner Niederwerfung gemeint der Hadith weiß daraufhin dass es strengstens verboten ist für denjenigen der an einem Beteten vorbeilaufen möchte vor ihm vorbeizulaufen wenn er zwischen dem Beteten und seiner Sutra läuft und sollte eine Person nicht eine Sutra vor sich haben keine Sutra vor sich haben dann schätzt man ab wo er seinen Kopf aufsetzt wenn er im Sujud ist und diese Stelle ist die Stelle die zum Rechte des Betenden gehört darüber hinaus ist nicht sein Recht dass er den Gebetsplatz für sich reserviert also das passiert öfter gerade in größeren Moscheen wie in Mestul Haram da beten die Leute und nicht jeder hat eine Sutra vor sich und übrigens die Thematik warum manche Ulema unterschieden haben zwischen der Heiligen Moscheen Makkah und anderen Moscheen hängt ab nicht wegen der Moschee an sich es geht darum die Leute die Tawaf machen wenn die Leute die Tawaf wenn ich bete und vor mir läuft jemand der Tawaf macht dann stellt sich die Frage ist das verboten oder ist das nicht verboten warum weil derjenige der Tawaf macht macht etwas Spezielles im Gegensatz zu allen anderen die an mir vorbeilaufen würden derjenige der Tawaf macht befindet sich in einem Salat und darf jemand vor dir beten der Salat macht du darfst und deswegen sind manche Ulema der Ansicht dass diejenigen die Tawaf machen vor einem beten vor einem laufen dürfen selbst wenn man keine Sotra hat die Pflicht des Betenden denjenigen der vor ihm vorbeigehen will daran zu hindern und sei es auch in der heiligen Moschee in Mekka in Mesut es ist für denjenigen der vor einem schützenden im Gegensatz betet nicht erlaubt jemanden vor sich vorbeigehen zu lassen aufgrund des vorausgegangenen Hadiths lasse niemanden vor dir vorbeigehen und aufgrund der Aussage des Propheten wenn einer von euch vor etwas betet was ihn vor dem vorbeigehen der Menschen schützt und jemand kommt und will vor ihm vorbeigehen so muss er der Betende den Vorbeigehenden gegen seine Brust stoßen und ihn so gut er kann zurückweisen in einer anderen Überlieferung heißt es so muss er ihn zweimal davon abhalten wenn er sich dennoch weigern sollte dann bekämpfe ihn denn er der der es ihm befohlen hat ist ein Satan das heißt in diesem Fall wenn ich bete und ich habe die Befürchtung dass jemand an mir vorbeilaufen möchte dann einfach so man schreckt seinen Arm aus und hindert den anderen daran und in der Regel die meisten Personen die das machen die machen das aus Unaufmerksamkeit aus Versehen und sobald sie merken dass sie an einem Gebet vorbeilaufen wollen und dass er die Hand ausgeschreckt hat oder wenn sie seine Hand berühren dann man weiß sie lassen sich zurückdrängen und machen während des Gebets vorwärts gehen um einen vorbeigehenden zu verhindern es ist erlaubt ein oder mehrere Schritte vorwärts zu gehen um jemanden der nicht islamisch zurechnungsfähig ist wie zum Beispiel ein Tier oder ein kleines Kind daran zu hindern vor einem Betenden vorbeizugehen so dass sie dadurch hinter dem Betenden passieren können was das Gebet ungültig macht zur Wichtigkeit der Sutra im Gebet gehört zur Wichtigkeit der Sutra im Gebet gehört sie sorgt dafür dass das Gebet desjenigen der vor ihr betet nicht ungültig gemacht wird sobald jemand der drei folgenden vor dem Betenden vorbeigeht ganz im Gegensatz zu demjenigen der sich keine Futter nimmt denn sein Gebet wird ungültig wenn vor ihm eine geschlechtsreiche Frau ein Esel oder ein schwarzer Hund vorbeigehen das 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 zurück wird auf eine Beriefung des Friedens dass das Gebet dadurch ungültig wird. Wie dem auch sei, natürlich die Überlieferung spricht für diese Sache, wie dem auch sei, gemeint ist eben eine geschäftsreife Frau und kein Mädchen. Und warum diese drei Dinge und nicht etwas anderes, ist die gleiche Frage, wieso das Maghre-Gebet aus drei Raka'ab besteht und das Isha-Gebet aus vier Raka'ab besteht. Das sind Sachen, wir sagen, sami'na wa ata'na, wir hören Gehorchen, nehmen das an, wie er es gesagt hat, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Und es gibt natürlich Begründungen, die erwähnt werden, aber diese Begründungen sind nicht astrein. Diese Begründungen sind nicht astrein. Wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, ein schwarzer Hund, dann wurde ein Sahabi gefragt, warum der schwarze Hund, sagt er, weil der Prophet sagt, es ist ein Satan, der schwarze Hund ist ein Satan. Das wäre dann ein Beweis dafür, dass es eben Ta'ab-Budi ist. Das heißt, es ist so fest vorgeschrieben und wir nehmen es so an, wie es ist, weil du weißt das nicht. Warum schwarzer Hund, warum weißer Hund, warum ist er ein Satan? Das sind Fragen, die gehören zu Ilm al-Rayb, die kannst du nicht beantworten. Deswegen nimmst du solche Überlieferungen hin, wie sie sind. Warum ein Esel? Was mit dem Schwein? Das Schwein nicht. Das Schwein nicht. Deswegen, diese Fragen können wir nicht beantworten, weil es eben Ta'ab-Budi ist. Ta'ab-Budi bedeutet, es ist fest vorgeschrieben, ohne dass wir den Grund dafür begreifen können. Manche Geleiter sagen, weil diese Dinge ablenken. Aber nicht immer. Also die Sache ist relativ. Diese Weisheiten, die erwähnt werden, kann man nicht als den zwingenden Grund, als die Illa, bezeichnen. Weil man wird dadurch ein Problem haben. Einfacher ist, wenn man sagt, es ist Ta'ab-Budi und Allah weiß am besten nicht. Na, an dieser Stelle machen wir inshallah fa'ala wieder eine Viertelstunde Pause. Möge Allah, ich bin un. Assalamu alaikum.